40 Jahre Lustenberger AG Vesbach. Herzlich willkommen zur grossen Frühlingsausstellung. Am Freitag von 1 bis 9 Uhr. Am Samstag von 9 Uhr am Morgen bis 9 Uhr am Abend. Und am Sonntag von 9 Uhr bis 5 Uhr am Abend. Für jeden Besucher gibt es gratis ein Getränk und am Samstag live unterhaltig. Die Lustenberger AG Metallbau, Lampmaschinen, Schärferei findet man ganz einfach an der Hauptstrasse 7, mitten in Vesbach. Kommen Sie vorbei und wollen Sie sich überraschen lassen. Lustenberger AG Vesbach mit 40 Jahren frisch im Frühling.